Cringe Royale Leute und heute werden wir uns mal wieder einer wöchentlichen Herausforderung entgegenstellen Durchsuche zwischen einem Autostapel, Steinskulptur und Hackenkreis Und bei einem Autostapel fällt mir auf jeden Fall unten bei Morsi Maya Ist ein Autostapel wo auch ab und zu mal drei Kisten da sind Und da gehen wir jetzt mal hin und da müsste auch irgendwo eine Steinskulptur und dieser Hackenkreis sein Leute Die zwei habe ich noch nicht gesehen, also müsste jetzt eigentlich neu im Spiel sein seit diesem Tage Also hier unten ist man schon mal mit Autostapel, seht ihr das? Da stapeln sich die Autos und ein schöner LKW So und jetzt gucken wir hier mal in der Nähe Ob hier noch irgendwas ist, hier guck mal Heckenkreis Das ist doch eindeutig der Heckenkreis hier Leute, oder? Da sind wir schon mal auf einer heißen Spur, dann müsste eigentlich hier irgendwo Nochmal, guck mal da ist eine Steinskulptur Jetzt zwischen diesen drei Punkten Hier, da und da hinten ist da der Heckenkreis Müsst ihr irgendwo hier sein, dann suchen wir hier mal Leute Ah, guck mal da ist auch schon einer unten Hat er das vielleicht auch schon gefunden hier? Oder sucht ihr das gerade noch? Ah, guckt euch's mal an Leute Hab ich's hier gefunden, direkt Leute First take, one take Leute lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn's euch geholfen hat Hier, paar Battle-Punkte für euch, zehn Stück Da seid ihr wieder näher an dem Sensenmann-Skin dran Und abonniert auch den Kanal kostenlos Macht die Glocke an, dann verpasst ihr nichts mehr Ich werd noch ein Video zu dem anderen Thema hochgeladen Und euch wöchentlich da helfen bei der Herausforderung Leute Hier kommen Challenges, Waffentricks Und wie ihr einfach besser in Fortnite werdet Ich hab auch ein Video hochgeladen, wie man sicherer gewinnen kann Leute, danke fürs Zusehen Cringe Royal Army Guck mal, da ist er, der schwarze Ritter hier Der applaudiert mich hier auch schon Euer Cringe Royal Otsch